Hallo zusammen, diesmal geht es um die Frage, wie definierst du Mainstream, Retro und Oldschool Spiele? Also zuallererst mal Mainstream, das habe ich früher immer nur benutzt für Musik. Also was so in den Charts war, was jeder kannte, was man auf dem Schulhof dann auch gehört hat oder drüber geredet hat. Sowas war für mich halt immer Mainstream gewesen. Aber jetzt seitdem ich Let's Plays mache und auch recht viele Bewertungen schreibe für andere Let's Player, kann man das auch ganz gut auf LPs anwenden. Oder auf Let's Player allgemein, denn wenn jemand nur Minecraft macht und Skyrim und all solche Sachen, die eigentlich jeder mal spielt oder jeder kennt, das ist dann für mich ein Mainstream-Let's Player. Aber jetzt direkt zu den Mainstream-Spielen an sich, die zeichnen sich für mich dadurch aus, dass sie meistens einen recht großen Fokus darauf legen, dass viel Eye Candy da ist, also grafisch sehr gut gestaltet. Da für jeden die Story oder das Gameplay nicht besonders interessant ist. Also in den meisten Sachen, die man anderswo schon gesehen hat. Man wird sehr viel bei der Hand genommen. Also was wie Fragezeichen und Ausrufezeichen über NPCs und Minimaps und leuchtende Pfade, wo man hinlaufen muss und so weiter. Dass auch ja kein Spieler das zu schwer empfindet und deswegen das Spiel nicht kaufen würde oder so. Also es ist halt alles recht vorgekaut und darauf ausgelegt, dass es bloß verkauft wird und dass bloß keiner das nicht mögen könnte. Und das ist für mich schon mal das absolut Schlimmste, was man machen kann. Man soll ein Spiel so konzipieren, dass es in sich geschlossen ist und wenn es dann manchen Leuten halt nicht gefällt, dann gefällt es halt nicht. Dafür ist es aber für die anderen, die es mögen, ein wesentlich interessanteres Spiel. Also der Schwierigkeitsgrad ist natürlich ein recht wichtiger Faktor für mich da. Es gibt nichts Nervigeres als ein Spiel, wo man einfach so durchrasen kann, selbst auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad oder auf schwer oder was auch immer. Das ist mir gerade bei Shootern aufgefallen, das ist recht lächerlich. Das sind also für mich Mainstream-Spiele. Sie sind inhaltslos meistens oder sind viel zu kurz. Ich nehme jetzt mal die Crisis-Spiele da als Beispiel. Du hast dann da 10, 20 GB an Daten und jagst das Spiel in 7, 8 Stunden durch. Wenn man das jetzt mal mit Baldur's Gate oder irgendwelchen anderen alten Spielen vergleicht, ist das lächerlich. Und man bezahlt dafür heutzutage richtig viel. Also selbst wenn man das mit der Inflation umrechnet und Euro-D-Mark-Wechsel, das ist teilweise richtig viel für nur ein paar Stunden Spielspaß. Aber machen wir mal weiter mit den Retro-Spielen. Retro ist eigentlich was ähnliches wie Oldschool. Nur, dass es gleich in die Mainstream-Schiene gesprungen ist. Also man hat ein Oldschool-Spiel. Das heißt, es ist alt und wenig bekannt. Dafür kommt dann irgendwann mal jemand auf die Idee, hey, das sollten wir mal ein bisschen pushen. Also jetzt in den Medien. Und das wird dann zum Retro. Das heißt, es ist eigentlich wieder ein Mainstream-Spiel. Aber mit so einem nostalgischen Flair. Das kann man ganz gut mit Mode vergleichen. Daher kannte ich es früher auch. Zum Beispiel jetzt diese dicken Brillen, die wieder im Kommen sind. Das war früher gang und gäbe in den 80ern. Die fanden wir dann irgendwann alle portähsslich. Die wurden abgeschafft. Dann kamen die randlosen Brillen. Und jetzt kommen wieder diese dicken Gläser. Was ich absolut lächerlich finde. Aber das war halt so ein Gag von der Industrie. Das heißt, es ist für die einfacher zu produzieren. Oder sie wollten einfach mal wieder was Neues, in Anführungszeichen, produzieren. Und dann kommt sowas halt bei raus. Schlaghosen ist ein anderes Beispiel. Auch wenn damit heutzutage nicht allzu viele rumlaufen. Aber man sieht sie wenigstens wieder in den Läden. Die waren früher ja auch mal in. Und so kommen die Sachen immer wieder. Und das ist für mich Retro. Steckt doch im Wort. Also was schon mal da war und was wiederkommt. Jetzt aber das Allerwichtigste. Die Oldschool-Spiele. Das ist ja mein Genre schlechthin. Ein Oldschool-Spiel zeichnet sich für mich primär dadurch aus, dass es schwer ist. Dass der Fokus auf der Story und oder dem Gameplay liegt. Also dass da teilweise Sachen drin sind, die man aus anderen Spielen nicht so sehr kennt. Wie jetzt ein innovatives Inventarsystem à la Ultima. Oder ein ausgefeiltes Dialogsystem wie den Wizard Retail. Solche Sachen halt. Das sind dann halt wirklich Vorläufer von einem ganzen Genre. Oder Dungeon Master. Echtzeit-Dungeon-Crawling. Das gab es vorher noch gar nicht. Und von dem Spiel aus kommen dann ganz, ganz viele anderen. Das kann man heutzutage nicht mehr sagen. Du kannst nicht ein moderne Spiel nehmen. Sagen wir jetzt mal Diablo 3. Ist zwar ein schönes Spiel. Aber da ist nicht wirklich viel Innovatives drin. Und es wird auch wahrscheinlich in der Zukunft kein Spiel geben, das sich dann auf Diablo 3 bezieht. Wenn, dann eher auf Diablo 1 oder 2. Weil das sind halt die richtigen Urgesteine. Darauf basiert das. Da kam die Idee her. Da kam das Feeling her. Ja, Feeling ist da auch ein recht wichtiger Faktor. Also mit den alten Spielen assoziiert man meistens auch Dinge aus seiner Kindheit oder Jugendzeit. Jedenfalls ist das bei mir so. Und deswegen haben die Spiele gleich viel mehr Wert. Man erinnert sich an die Vergangenheit. Wie viele Stunden man da reingesteckt hat. Wie man mit Freunden das gespielt hat. Oder alleine. Oder mit den Eltern. Und fühlt sich dann zurückversetzt in eine bessere Zeit in Anführungszeichen. Das ist dann halt das Nostalgie-Feeling. Und damit habe ich die drei Kategorien, glaube ich, ganz gut abgedeckt. Also ich kann nochmal kurz zusammenfassen. Mainstream das, was die breite Masse haben will. Und auch für die breite Masse vorbereitet. Dass es ja keiner in Anstoß nehmen kann. Retro-Spiele halt alte Spiele, die neu aufgesetzt werden. Und gepusht werden. Und Oldschool sind halt die richtigen Klassiker, auf die sich alles beruhen. Und die halt genau das Gegenteil sind vom Mainstream. Die kennt nicht unbedingt jeder. Jedenfalls nicht die jüngere Gesellschaft. Und ist halt teilweise recht schwer. Ist teilweise recht hässlich. Aber hat dafür dann halt andere Qualitäten. Ja, ich hoffe damit, dass die Frage einigermaßen beantwortet. Und wir sehen uns in den nächsten Projekten. Bye, bye. Bye, bye. ! Das war's für heute.